Kleiner Furz. Das ist alles zwischen den Füßen, zwischen den Zehenräumen und im Winter drückt das. Ist egal, lass sie ruhig. Danke fürs Helfen, Furzi. Ich muss auch mit Kämpfen. Lass sie ruhig. So, sehr interessiert. Gleich sind die Schnurrhaare weg, Fräulein. So, die sind jetzt nicht für die Show geschnitten, aber schön zum Gebrauch. Schön rund. Wenn man das schön machen will, kommen dann da innen noch die ganzen Haare raus. Für den Winter. Dann kann man das dann noch ein bisschen rund schneiden. Natürlich nicht in dieser Stellung, aber es geht alles, was man will. Hauptsache ist es für den Hund. Okay. So, zeigen wir, wie vorher und nachher aussieht, bitte, Fräulein. Einfach weiter. So. Schön. 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 Das ist natürlich jetzt nicht. Komm hoch. Ach, ist das so. So. So sieht es wohl aus. Verwahrlost. Danke. Heruntergekommen. Heruntergekommen. Dann kann man es noch hinten schön machen. So. Und so war das vorher. Diese ganze Puschelkacke drückt im Winter. Da werden dann schöne Eiskristalle. bilden sich dann. So. Vorher, nachher. Perfekt. Das ganze hochladen. Untertitelung des ZDF, 2020